Musik Ja, hallo und herzlich willkommen hier im tief verschneiten kleinen Thüringer Wald. Der Winter ist eingekehrt im kleinen Thüringer Wald. In der Gegend beginnen die Advents, die Weihnachtsfeierlichkeiten und ich bin gerade im Wald unterwegs und bringe den Tieren etwas, um über den Winter zu kommen. Ich wünsche allen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest. Musik 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 Schleusinger Weihnachtsmarkt Schleusinger Weihnachtsmarkt Gute Gespräche, eine besinnliche Zeit Und mein Auftrag ist jetzt offensichtlich Einen Schlüssel zu übergeben, das werde ich tun Der Schlüssel für den diesjährigen Weihnachtsmarkt Geht an den Weihnachtsmarkt Lieber Guter Weihnachtsmarkt Schau mich nicht so böse an Ich will auch immer artig sein Okay, ich nehme dich beim Wort Aber hast du schön gesagt Bitte schön Lieber Soll ich mal gucken, ob ich was hab für dich? Lieber Guter Weihnachtsmarkt Schau mich nicht so böse an Stecke deine Route ein Ich werde immer artig sein Okay Aber so böse schau ich doch gar nicht, oder? Nee, gell? Aber weil du das so schön gesagt hast Bitte schön Was sagt man das? Danke Du bei der Barre Schleusinger Weihnachtsmarkt Kommst du zum Schneid ... und in dem Wald sind wir nicht so weit. Komm, setz dich aufs Fenster, ... und du mensch und bleibst dich ja fände ich gern. Prima! Prima! Hallo, endlich! Herr Dr. Es ist schön! Das ist jetzt mittlerweile der 22. mit Corona-Pause, den die Initiative Stadtmarketing für unsere Heimatstadt organisiert. Und ich denke, wir haben auch im Jahr 2023 wieder ein ganz gutes Programm hingekriegt, haben auch wieder gut an Sponsorengeldern was in unsere Kasse bekommen. Und ich wünsche mir ganz nur sehr, dass das unsere Bevölkerung akzeptiert und wahrnimmt und sich über unseren Schleusinger Weihnachtsmarkt freut. Wir waren mit Herzblut bei der Sache und hoffen jetzt, dass wir es gut über die Bühne kriegen. Auf Wiedersehen. Musik 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 Danke schön. Herzlich willkommen zum ersten Adventsmarkt der Sinne im Hennebergischen Museum Kloster Fessrah. Wie ihr seht, haben wir das Museum schön in tolles Licht getaucht und einen schönen kleinen Adventszaubermarkt, der die Sinne ansprechen soll. Es gibt leckere Würste, leckere Glühwein, leckere Kräuterle und auch noch Keramik und vieles, vieles mehr zu entdecken. Ja, leider ist es jetzt schon wieder vorbei, aber nächstes Jahr kommt ihr wieder zum Adventsmarkt der Sinne nach Kloster Vesra. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hallo, ich bin Peggy, wir sind hier in Groep bei unseren schönen Weihnachtskarten. Wir bauen jetzt glaube ich so sechs Jahre Weihnachtskarten, aber auch Halloween und Ostern. Und kommen Sie mal vorbei und gucken Sie sich das selber mal an. Das kann man von 1600 Uhr bis 1200 Uhr jeden Tag. Jede Wochenende am Samstagabend und Sonntagabend gibt es Glühwein oder Kinderpunch. Die ganze Beleuchtung, die kaufen wir selber und das wird überall eingebaut. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas!